Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Assassin's Creed Odyssey und da unten steht unser Feind und wir zahlen wir machen da versuchen mal wieder kurz im Prozess zu machen wir hoffen mal dass nicht wieder ein Hopfelljäger sich in den Weg stellt das war ja mal gar nichts der Treffer ich merke aber schon ist es ein bisschen besser probieren wir mal ein bisschen hier mit Feuer oh Mist das hier ist mitten reingerannt so mehr heilen uns alter ich meinte es sieht ja soweit eigentlich gar nicht so schlecht aus alles wir kriegen ihn ja relativ früh runter wenn zu Fuß dieser beschissene Kopfgeldjäger wieder nicht einmischen würde jetzt hätte ich fast vergessen mich zu heilen und wir machen das Gift wieder ei 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 laufen auf kommst stürm an geht um heilen ist ja schön wenn man es ist ja 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 so ich habe das Gefühl dass man es eventuell schaffen kann okay wir müssen mal kurz ein bisschen hier schade naja aber wir hatten ihn ziemlich weit muss ich sagen ziemlich weit ok kurzer sind noch mal ich habe langsam die langsam bekomme ich die taktik aus wenn ich erwischt werde habe ich ein problem da hat er aber einen verwischt bekommen alter geh weg Ja, ja, ja. noch mal ein bisschen mit feuer hier rum auf stürmig an kommt stürmig an wir machen werdet ja wir sparen uns das jetzt auch das ist unser gift wieder alter doch nach daneben schön das gibt und wir müssen mal kurz bisschen laufen hier und und alter wie macht er das und laufen 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 Laufen, Pfeils, Gift. Wenn da was loskommt. I'm here. Ach, das war totaler Scheißdreck wieder. Ach, das war totaler Scheißdreck. 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 Gott sei Dank, wir haben ihn. Und Level 30. Alter, wir haben ihn. Da machen wir natürlich ein schönes Erinnerungsfoto. So. Gehen wir mal hier schön in Position. Und machen wir ein Foto. So. Perfekt. So. So. Bring die Fälle zu Daphane. Oh, das ist ja weit weg. Wo ist denn das? Alter, wo ist das? Da oben ist das. Also gut, dann. So. 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 Der Löwe ist Geschichte. Gott sei Dank. Und der Kopfgeldjäger da hat uns diesmal zum Glück nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ui. So. Jetzt können wir schnell Reise machen und dann gehen wir die Quest ab. So. Und das war hier. Die hat uns ja auf eine weite Reise geschickt. Und ich hoffe mal, da ist ein bisschen was drin, ne? Wenn wir das jetzt abgeben. So. Da ist er. Bestienbezwinger. Schön, dich zu sehen. Daphne. Das überrascht mich doch. Der Weg, auf den ich dich entsandte, ist voller Gefahr. Du hättest sterben können oder aufgeben. Ich bin gestorben. Naja. Wir werden mal ein bisschen flirten. Keine Gefahr hielte mich davon ab, dich wiederzusehen. Vielleicht bist du etwas voreilig. Vielleicht. So. Ich habe das Fell. Das Fell des Näherischen Löwen. Wunderschön. Wie sein Jäger. Stärke ist machtlos im Angesicht der Schönheit. Selbst Herakles verfiel ihrem Zauber. Du erlegst mich spielend mit deinen Worten. Wie die Kreaturen mit dem Schwert. So. Das war noch gar nichts. Hm. Fun. Da waren sie. Da waren sie auch schnell. Puh. Gut. Das war der Näherische Löwe. Der hat uns ja auf eine sehr sehr weite Reise geschickt. Entschuldigung. Und was haben wir hier? Ein Söldner. Hätten auch an. Wie hätte ich das auch anders erwarten können. Okay. Wir speichern mal schnell. Wir haben noch 5 Minuten. Und ich denke mal da wären wir. Also ich bin umgeben Söldner froh der ein Tod das Söldner ist. Ganz ehrlich. Wir verstecken uns hier im Haus. Schauen, dass wir hinter ihm kommen. Na, was treibt der? Was macht denn der da? Alter. Der läuft doch. Da kommt der nicht vorbei, oder was? Ja, machen wir weiter mit dem Küch, weil das mit dem Küch war ja eigentlich gar nicht schlecht. Ach ja, das war ja gar nichts. Alter. Oh, tschüss. Abgestürzt. Junger Mann, abgestürzt bist du. Wunderbar. Okay, ich würde sagen, wir machen die Folge heute ein bisschen kürzer. Wir haben einiges geschafft. Ich möchte mal schauen, was wir für die nächste Folge machen. Da ist ja noch was. Eine Lebensaufgabe. Im Fohlenstufe 34. Da sind wir noch zu schwach. Darum sind wir hier auch noch nicht groß gewesen. Wer ist denn da? Ja, das könnte unser nächstes Ziel werden. Zeus mehr. Ja. Das wird unser nächstes Ziel. Die Zeus mehr. Die werden wir uns das nächste Mal schnappen. Und da... Und da ist nochmal eine. Wir werden das nächste Mal auf Kultistenjagd gehen. Und da sind auch noch Söldner und so weiter und so fort. Wir haben Fähigkeiten bekommen. Oder Fähigkeiten. Einen Fähigkeitspunkt haben wir bekommen. Ich würde ja gern das Gift hier weitermachen. Aber... Wir werden das hier mal verbessern. Weil das mit dem Gift, das war jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt. So. Nächste Verbesserung. Okay. Gut. In der nächsten Folge werden wir uns, wie gesagt, um die Kultisten kümmern. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.